Eine Gesellschaft erkennt man auch daran, wie sie mit ihren Tieren umgeht. Das scheint zur Zeit ein großes Problem zu sein, denn die Tierheime im ganzen Land klagen über strukturelle Unterfinanzierung. Das gilt auch für das Tierheim in Wollmirstedt, das unter anderem auch mit der Gemeinde Barleben den Unterbringungsvertrag für Fundtiere hat, die in der Gemeinde gefunden und dann ins Tierheim gebracht werden. Vorstandssitzung der Ehrenamtlichen, die hier ihre Freizeit im Dienst des Tierschutzes einsetzen. Die Torte auf dem Tisch ist ein Geschenk, das gibt es nicht jedes Mal, von einer dankbaren Tierhalterin, die die Dienste des Tierheims in Anspruch genommen hatte. Doch der Kuchen schmeckt nicht so, wie er könnte, denn in diesem Kreis berät man die verschiedenen Probleme, mit denen das Tierheim zu kämpfen hat. Neben der chronischen Unterfinanzierung fehlt es an Freiwilligen, die die tägliche Arbeit im Heim unterstützen könnten. Das sind allgemeine Reinigungsarbeiten, Tierpflege und eine Katze genießt es auch, wenn man sie mal liebevoll streichelt. Und wenn ein Hund stundenlang in seinem Zwinger eingeschlossen ist, dann freut er sich sicher über einen ausgedehnten Spaziergang. Alles das sind Arbeiten, die das Los der Tiere im Tierheim erträglicher machen und deshalb hier der Aufruf, sich zu überlegen, ob man hier nicht eine langfristige Aufgabe übernehmen könnte. Wenn das für Sie in Frage kommt, dann melden Sie sich hier und besprechen alles vor Ort und für alle anderen hier das Spendenkonto des Tierheims, denn jeder Euro wird hier dringend gebraucht. Spaziergang 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 Spaziergang